In der letzten Folge von The Wolf Among Us Seltsamsten Club der Welt Und nun geht es weiter Servus und herzlich willkommen zu The Wolf Among Us, wir reden mit Georgie, dem Clubbesitzer Möpse Bonus Ist doch schön, wenn man startet ein Video Jetzt kommen sofort Möpse Was denkst du, du machst? Du siehst, wie du versuchen, einen Scheiß zu nehmen Wer will das? Niemand will das Ein schöner Mann, scheint ein echter Prinz Du hast ja eine Art Meinung von Humor Das ist gut Good luck Okay Okay Hey Oh, das ist du. Wir sind geschlossen. Keep dancing, du. Ich habe nicht gesagt, stop. Für die Brüste. Du, bleib da. Nichts nicht mehr zu sitzen. Ich habe ein paar Fragen. Imagine, meine Gefahrheit. Schau mal ob er kooperativ ist, so aussehen tut er nicht krass. Jesus, Bigby, du bist so krass. Ich liebe es. Nein, wirklich, ich liebe es. Okay, all right Sheriff, nur mit dir. Schau, ich weiß, warum du hier bist. Wann hast du darüber gehört? Schau mal, Sheriff. Around hier, wir können nicht warten, für dich und deine schwanker Freunde zu interessieren. Wir müssen nachdenken für uns. Wenn was passiert, ich höre über das. Especially wenn es mich beschäftigt. In diesem Fall, ich glaube, du wusste, Lilly war glamour. Of course, sie war, ihr dapget. Sie war ein Troll. Nein, ich meine, glamour zu sehen, wie eine andere Fable. Ja? Well, so was? Wer gibt es einen Toss? People get up to all kinds of things, wenn niemand schaut. Sie wissen, es ist illegal zu impersonieren eine andere Fable. Es ist frowned auf. Es ist illegal, als ich nicht mag es. Die 13th Floor würde niemals ein Glamour wie das. Es ist nur Black Market. Oh, Black Market, ist es? Wie spannend. Das ist genau das, was ich erwartet von einem Thug wie du. Storm in, throw around a bunch of accusation, try to scare people. Aber du hast doch alles, was das zu machen. Und wir sind alle einfach zu gehen. Und wir sind alle einfach zu gehen, wenn die Wolf shows his teeth. Es ist etwas, was du. Es ist etwas, du. Das war Teil der Glamour, die wir auf Lillies Körper gefunden haben. Geh' einen guten Blick. Sie war Snow White. Warum? Du hast das alles falsch gemacht. Wenn Lillie eine spezielle Glamour gemacht hätte, wäre es nicht für mich. Für die Scheiße. Ich will das so essen. Für die Scheiße. Sie hatte Klienten, Bigby. Vielleicht war es einer von ihnen. Einige Leute in Fable Town. Wie? Tja, sie schau es in den Augen. Ich gehe vielleicht auch schon, sagt der Typ. Das war's für die Scheiße. Geh' auf, dann. Wir sind nicht fertig hier. Ich denke, wir sind. Ich sage, wir sind nicht. Du hast mich geholfen. Geh'in. Das ist das, was du willst, richtig? Das ist das, was du hier für gekommen bist, richtig? Tell me was ich will, oder ich werde das ganze Ort unterbauen. Haha, idiot. Oh, nein. Fuck! You! Take your sad fucking face, where I can't see it. Bloody bastard fucking shit. Hm, hm. Oh, nein. Zapfug was gehört. Proudy, little mess. Fuck sake. Fuck off, Hans. Hans. Hey. Hans. Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not going to know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills. And have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Die Zigaretten, das macht hier nichts aus. Cut the crap, Georgie. I want the book, Hans is talking about. Hans is confused. Again. Don't even think about it. Jesus fuck. Jetzt reicht's mehr. Sag mal, wo das verfickte Buch ist, man. Do not touch that. You hear me? It has nothing to do with you. Oh. Interessant. Was ist das? Well, well. What's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will he come on? Fuck sake, I've got to open up in a few hours. Okay. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus. You kill me. I'm begging you. I'll pay you. Oh, fuck sake. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. This is a dance club. What should the element do tonight while the girls are on stage? Harmonica, Kazoo, Whistle, Happy Tune. Fucking unbelievable. Geht doch. Come on, man. Fucking crap. Geht doch. I'm a business over this bullshit. Protector of Babeltown, my ass. What a load of crap. Once again, don't get your hopes up. There's nothing in here that'll tell you anything. It's a kick to the balls for me and my club, so we can be happy about that. War das jetzt so schwer, Georgie? So schwer. So schwer. This is Lily's last entry. So tell me, Georgie. Who's this Mr. Smith? Oh dear. I'm afraid it might be a fake name, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me. The girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X-Types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Schauen wir mal, was die Tänzerin so zu sagen haben. Das ist nur das Face-Ding. Was haben wir denn da? Juwelbox, die aufgebrochen wird. Das Make-up-Case. Ich glaube, das ist auf dem Boden. Was haben wir dann eine Note? Thanks for covering for me tonight. Let's talk before you go over to the apartment. Lily. Looks like they both saw one of Lily's clients. Okay. 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 Oh, da ist ja nur jetzt das Ding. Okay. Was haben wir denn noch? Okay. Excuse me. I heard you out there. I don't remember ever seeing you here before. Ich bin jetzt hier. Ja. Sie versuchen mich zu bewerben. Sie haben mich die Little Mermaid genannt. Mal nach einem Zeitpunkt. Kann das helfen? Was nennen sie dich jetzt? Alles, was sie glücklich macht. Mein Name ist Nerissa. Na ja, Nerissa, ich habe einige Fragen. Natürlich. Ich habe keine Antworten. Du musst sie selbst finden. Ich muss mich über einen von Lilly's... ...klienten. Er nennt sich Mr. Smith, wahrscheinlich. Wir können nicht über Arbeit reden. Das ist ein Verbrechen. Ich meine, nicht. Ich kann nicht. Diese Lippen sind geöffnet. Discretion ist unsere Guarantie. Es ist wie Dinge funktioniert hier. Mit dem Design. Ich bin entschuldigt. Ich hoffe, dass du helfen kannst. Das ist das, was ich über wissen muss. Lillys letzte Entfernung. Wer ist Mr. Smith? Wo ist Room 207? Ich muss es wissen. Diese Lippen... Ich wollte dich nicht so aggressiv werden. Sheriff Wolf. Ich möchte mich mit mir machen. Was genau sagst du? Wir können alle übertragen, die übertragen, die übertragen, die übertragen. Okay. Was muss ich machen? Ich brauche 150. Es ist nicht gut, wenn es kurz ist. Das ist nicht genug, aber es ist alles, was ich habe. aber es ist alles, was ich habe. Das ist nicht genug, aber es ist alles, was ich habe. Ich habe zwar kein Geld mehr, vielleicht. Komme ich der Sache nicht mal näher. Hm, nicht 207? Du denkst an etwas. Die örtlichen Arme. Hm. Das ist, wo sie sich treffen. Ich freue mich. Ich hoffe, du findest, was du schaust. Ich habe nicht mehr die Karten hatten, aber, so richtig, so richtig, richtiger. Gibt es ja nicht. Na, die Polizei. ist da wohl auch öfter mal zu Gast. Die menschliche, vor allem. Und es war auch gleich menschliche, wo es ist. Schauen wir mal, was mit Open Arms abgeht. Aber, das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn die Zeit ist schon wieder dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Möps, es gab Möps gleich zum Anfang der Folge, also musste gut gewesen sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen in der Endcard. Vielen herzlichen Dank, dass das Video bis zum Ende durchgehalten hat. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne unten auf das letzte Video klicken oder gleich rechts auf den Pokeball, um kein Video mehr zu verpassen. Denn dort ist der Abo-Button. Und wenn ihr meine kleine Channel-Empfehlung sehen wollt, könnt ihr gerne rechts unten klicken, denn dort ist meine Channel-Empfehlung. In diesem Sinne, hoffe ich, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal. In diesem Sinne, haut raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.